Musik Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ein zentraler Baustein, erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien vor Ort, erneuerbare Energien bei Ihnen zu Hause, erneuerbare Energien sind Wertschöpfung. Wertschöpfung, die weder fossile Brennstoffe brauchen, noch am Ende für uns als Volkswirtschaft Geld kosten wird. Sonne, Wind und Wasser stellen keine Rechnung. Mit diesem Ansatz schaffen wir es, für kommende Generationen regional, dezentral, bei Ihnen vor der Haustür, Energie zu gewinnen und diese Energiewertschöpfung in der Region auch als wichtigen Wirtschaftsbaustein zu sehen. Deshalb mein Appell, regionale, dezentrale Energiegewinnung, jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, damit wir im Klimaschutz einen großen Schritt vorankommen. Musik Musik